Der Auftrag der Krähe Im Jahre des kleinen Kalenders 405 herrschte der Sonnenkönig Atithiarat über die Stadt Lampun. Er war ein kluger und fähiger König von höchster Macht. In der Nähe seines neuen errichteten Palasts ließ er aus Sandelholz einen Turm bauen, darin die königliche Novdorf zu verrichten. Als der König sich einmal in den Sandelholzturm zurückgezogen hatte, kam eine Krähe geflogen und zauste ihm das Haupt. Dabei trug er eine Anzahl schwerer Verletzungen davon. Daher befahl er seinen Dienern allen, jene Krähe zu fangen. Aber niemand bekam sie zu fassen. So blieb nichts übrig, als den Schutzgeist der Stadt um seine Hilfe zu bitten. Dann erst gelang es, der Krähe labhaft zu werden. Der Sonnenkönig wollte die Krähe töten lassen, aber er war sich nicht klar, was die Krähe veranlasst haben könnte, ihn so zu belästigen. Was mag der Grund ihrer Niedertracht sein, dachte er fortwährend und befahl die Hinrichtung der Krähe aufzuschieben. In der Nacht träumte der Sonnenkönig von einem Gott, der gekommen war, um dem König die Ehre zu erweisen. Der Gott befahl dem König, ein neugeborenes Kind nicht mehr als sieben Tage alt zu nehmen und in den Käfig zu der Krähe zu legen. Dann werde das Tier zusprechen beginnen und ihm eine Geschichte erzählen. Der König tat, wie er geträumt, und da vermochte die Krähe plötzlich in der Menschensprache zu reden. Er ließ ihr Fragen stellen und sie erklärte alles. Sie war in den Turm geflogen, weil der König ihn an der Stelle habe erbauen lassen, an der eine heilige Reliquie des Buddha rute. Darum habe der weiße Rabenfürst, der Ohrheim der Krähe, ihr befohlen, diesen Ort zu beschützen. Wenn der Herr ihr nicht glaube, dass sie die Wahrheit spreche, so möge er sie freilassen, und sie wolle den weißen Rabenfürsten herpeiführen, der werde ihm die Geschichte bestätigen. Der Sonnenkönig ließ die Krähe frei, und sie brachte ihm den weißen Rabenfürsten. Der vollzog die ehrende Begrüßungsfeier und erzählte alles genau so, wie seine Nichte schon zuvor berichtete. Als er fertig war, flog er mit seinem Diener wieder heim in sein Reich. Der Sonnenkönig empfand den Wandel, der sich ihm vollzogen. Er begann zu glauben an die Tugend des Buddha. Er ließ den Sandelturm abreißen und die Befleckung der Erde abwaschen. Die schmutzige Erde ließ er wegführen und reinen Boden an ihrer Stadt ausbreiten. Dann ließ er einen Kreis von 30 Klafter Durchmesser ziehen und mit weißem Sand bestreuen. Diesen Kreis ließ er mit Gold belegen, eine Elledick. Mit Düften ließ er das Gold besprühen und die vielstöckige Schirmfahne des Königs aufpflanzen in die Mitte. Dann begann er den heiligen Opfern von der Reliquie und vergündete in der Stadt, dass alle Bürger kommen sollten, um sich mit ihm in der Anbetung zu vereinen. Da öffnete sich die Erde und eine kristallende Schale mit Fuß und Deckel, nicht größer als die Blütenknospe einer Banane, erhob sich aus dem Boden, strahlte im hellsten Leuchten und versank wieder im Schoß der Erde. Der Sonnenkönig ließ über der Stelle eine Pagode errichten, einen Faden und drei Klafter hoch, auch ein Gebetshaus und eine Versammlungshalle ließ er errichten und Schulsee, groß und klein. Das war der Ursprungstempel der Stadt Lampun.